Hi. 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 Andy Anderson. Ich bin Benjamin Barrow. Süß. Danke. Ich meinte Ihren Namen. Dank und nochmal danke. Und Single? Zurzeit? Ebenfalls. Überraschend? Psycho? Selb. Interesse? Möglicherweise. Hunger? Wie ein Löwe. Abhauen. Jetzt? Okay. Okay. Eine Sekunde. Wir treffen uns an der Tür. Echt? Hey, hey Leute. Was ist? Da ist einer an der Balle. Aber der ist verheiratet. Nein, der doch nicht. Ich meine den Typen an der Tür, aber seht nicht gleich hin. Nein, Mädels. Der ist ja wirklich süß. Den schaue ich mir genauer an. Mal sehen, ob er es wert ist. Okay. Und wenn er es ist, dann wird morgen der... Schalter umgelegt? Das mache ich nur für dich. Viel Glück. Sicherheit geht vor. Ruf mich an. Traumatisch, traumatisch, traumatisch. Nein, nein, nein. Das da. Und für dich habe ich leider nur noch diesen hässlichen Helden. Oh, na so ein Quatsch. Bei mir sieht der bestimmt ganz schick aus. Eigentlich sieht der ja immer bei allen doof aus. Sieh mal an. Er sieht verdammt gut aus. So. Bereit für eine kleine Tour, Andy? Tja, bist du denn bereit für eine kleine Tour, Ben? Ah, ha, ha, ha. Hm, hm, hm. Na, geht's? Ja. Na, was hältst du davon? Vom Essen oder... oder von dir? Beides. Das hier ist sehr lecker. Mhm. Ansonsten bin ich noch nicht sicher. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, du könntest mir einige Fragen beantworten. Einige klingt ein bisschen undefiniert. Ich beantworte drei. Was machst du beruflich? Ich bin in der Werbung. Ich arbeite hauptsächlich für Getränke und Sportartikelfirmen und versuche gerade im Juwelenmarkt Fuß zu fassen. Oh, durch deinen Beruf erhältst du die Sauf-Partys für die Nachwelt. Ja, könnte man so sagen. Ich bin so October 30. Ich bin großartig. Ja, ich bin so nachisten parole. ично mal. Ich bin nochmal, ich ware.